Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Du musst jetzt ins Satz beenden Minecraft, Hoh Yeah, Minecraft, Ja! Eskulation Oder Leute? Ja, ja Jetzt geht es auch der Stein aus. Was macht man denn da? Hallo Idee Ja, da müssen wir schon mal ordentlich dran greifen hierbei, wenn unser Stein ausgeht, das ist Köhne, coole Idee Das ist gar nicht fein, nee, nee, nee Der Stein, der war nicht wachsen, die Pilze schon gut Ja, die Pilze sind perfekt gewachsen Ja, ja, Mann, Junge Ich schwör voll ist lang So, da will ich mir das nicht alle wegmachen und ein paar Ja, da das stimmt was wenn nicht das beste es ist ja das beste aber viele wollen es nicht einsehen wir haben die meisten schon glaube ich das ist der beste ist ja die meisten wenn man schon gesehen dass er einfach der wüste ist ja ich bin auch der beste intro designer und da braucht man auch gar nicht hier ach so lange man hat der intro das soll ja das wird Woytzebettel eigentlich die verschwenderische sich die ganze Zeit mit Eisenspitze gearbeitet aber leider ist er wenig hält ja ich möchte Woytzebettel überschreiben möglich ist dies Jo Jo warum nicht so war ich schön okay heilende kommen zu diesen weiteren 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 in den Sitzel wie die aufwärts ist nicht aber das mit holz tun weil Feuer kein Schaden macht äh warum leckt es die scheiße kann mir das jetzt mehr sagen da schreibt in die kommentare ich hilfreich alter ein pc leckt so einer erbreitet von der coolheit so überzeugt okay und das bringt er in form von lex zum ausdruck oder über was reden wir heute aber in dieser folge meint jetzt soll aber das wirklich das thema soll es auch gar nicht es ist einfach heute nicht das thema du equips auch genau heute sind ist das thema equips auch von die krebs auch wie sie leben und leben ob sie menschen sind oder nicht ich bin der stark für nicht ich glaube ihr nicht aber ich weiß es natürlich nicht wissen es macht davon habe ich nicht viel ich auch nicht hast du das entschuldigungsvideo vom apel rot gesehen von diesen hundern so er ist zusammen ist er oder wo das war also dieser Bombenbräcke aber ein ich so richtig überheblich ja manche jetzt nicht gefallen den meisten schauen wir jetzt auch vollgefallen ja aber eigentlich nur ist als ob das dann geklärt wäre ich finde ihn sogar sehr männlich ja ich auch muss ich jetzt ehrlich eingestehen auch cool ja klar wer findet ihn nicht cool des stimmte stammt die frage jeder zudem könnte man in die kommentare an die ganzen abwäsch wuchteln wenn sie sowieso glas schreibt sich in die kommentare schreibt er sowieso nicht bei dir schreibt keiner kommentare doch ein paar kommentare habe ich schon aber nie zu dem was ich frage kennen sie diese leute die immer sagen schau doch mal auf meinen kanal vorbei ja das soll ihnen sagen dass es voll der geile kanal ist und dann sammeln dann kannst du mal bei mir vorbeischauen ja ja die kenne solche als nicht ja ja aber heutzutage wird man anders nicht mehr wirklich groß wir wissen sowieso nicht mehr große push von einem großen sagen wir ehrlich heutzutage wirst du nicht mehr groß wenn du nicht von einem großen gepusht wirst es ist so die erste schilder und Titel das wirklich die ist das freut mich noch irgendwo eine nicht okay Lohmann aber immer nach Gold bisschen ja ja was muss man okay ich wieder nach oben nur wird das ganze zu viel hier ich glaube wir haben jetzt naja wir haben gar nicht so viel vielleicht fahren wir wollen das nach nachher weiter wo kommen wir jetzt her alles Gutes braucht man nachher für die Verzierungen nachher nicht vorher nicht vorher hier kommen wir nicht her krass ich brauche nur für so ein dummes behindertes Lappen Intro schon eine halbe Stunde und es fühlt sich an wie 10 Minuten und man sich einfach so ein richtig hingeschissen ist sie in der Bibel es wirklich hingeschissen dann dann es wunderbar toll oder da hinten könnte das sein ja geil ne ne Leute ich mach's jetzt so ich bring mich um wir haben die Ermittler ja ein Spaß das an ihm und darum schauen wir nach Tom bring your arm ins Notfair ins Notfair hier waren wir hier waren wir nee das ist alles nur Illusionen fake hier warst du ganz bestimmt die ich will nehmen du nennst du nennen wir wollen es war schon knapp ich wollte schon schicken Leute uns bist nicht erst jetzt ist noch auf und für den letzten 3 und erweiten ich spürte ob die Amann und das Stück 2 und 2 ich werde ich hab die Ammann Nennen 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 um um machen dann wahrscheinlich ein Zug nach unten ab ein Zug ja ich mag sie weil ich nicht hier sein und in Deutschland mache ich dann die Miene irgendwo anders ich habe es aber eher schloss hier werden man weiß ja gar nicht so viel nur verloren einbalken geht gut kann man jetzt mal machen muss man jetzt aber auch nicht hier muss man nicht aber wenn man es hier sein will macht man sowas wenn nicht dann halt nicht ja genau genau ja ja genau genau muss man jetzt ehrlicherweise sagen ja ich mach mal erst mal hier die Ärzte drüber hin klar die Wettner haben das in Kammer klar klar die Klosbrügel so ich würde sagen wir sehen uns dann auch gleich in der Ende nicht nächsten Folge ciao bis zum nächsten Mal